Moin Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Timberbone. So, die erste Dürre haben wir gerade noch so überlebt und jetzt sind wir hier bei der zweiten Dürre. Diesmal sieht das ein bisschen besser aus. Wir haben noch Wasservorrat, diesmal haben wir genug Karotten. Auf Lager haben wir auch noch mehr als genug und hier sollte ich mal eine Grillkartoffel einstellen. Du hast erstmal Urlaub, mein Freund und der Rest muss hier weggerissen werden. Und hier sollten wir mal die Straße weitermachen. Und hier, das muss auch noch weg, der ganze Unkraut. Nein, ich will es gerne priorisieren. Das muss alles weg. Bitte, ganz schnell. Du wirst priorisieren für Kartoffeln, die wir bald einbauen, anbauen. Wo haben wir denn Kartoffeln hier, Alter? Warum bist du Grillkartoffeln? 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 Ja. Da kommen nur Grillkartoffeln rein. Hier die... Ja, der verarbeitet die und dann kommen die hier rein. Und hier die Sonnenblumenkerne. Gut, gut. So. Unser Damm steht ja. Das ist schon mal ganz gut. Denn, wenn jetzt nochmal eine Dürre kommen sollte, dann sind wir schon mal ganz gut vorbereitet. Aber wir sind noch nicht für das andere vorbereitet. Und das ist halt das Faulwasser. Dann müssen wir auch noch was machen. Äh, wir haben zwei Arbeitslose. Äh... Wir brauchen einen Forscher. Dringend. So. Ähm... Schleuse. Wo sind das? Was nehmen wir denn bei uns? Dreifachschleuse? Oder Doppelschleuse? Oder Doppelschleuse? Ich denke, Doppelschleuse würde vielleicht reichen, oder? Check mal. Äh... Okay. Dann müsste ich hier Blöcke bauen oder so, ne? Wait a minute. Wie kommen denn die dann da runter? Das heißt, wir bräuchten... Reiztreppe. Pfff... Äh... Das Spiel will mich echt auseinanderpflücken, ey. Naja, wer sagt auch halt, dass Überleben leicht ist. So, was haben wir denn hier? Weizen? Äh... Egal. Ich brauche erstmal Kartoffeln. So. Das ist wichtiger. Aber Weizen, mit was bauen wir das dann ab? Was bräuchten wir denn für eine Technologie? Äh... Okay. Äh... Das ist sehr spät. Doch, das ist sehr spät. Das können wir aktuell nicht machen. Das da... Ja, das kommt hier später, ne? Das können wir aktuell auch noch nicht machen. Und Terraform möchte ich hier auch so ein bisschen. Oh, hier. Da. Das ganze Wasser lagern, ne? Hm. Das wäre göttlich. Das wäre göttlich. Aber so weit sind wir ja aktuell noch nicht. So, Ziele. Äh... Was ist denn da los? Ja, das ist hell. Grillt. Kartoffeln wollen die als nächstes haben. Äh... Ja, haben wir nicht. Kastanien? Warte mal. Wo kriegen wir denn Kastanien hier? Ach, nö. Aus Seenbäumen. Okay. Ich glaube, dann würde ich hier Kastanienbaum machen, aber... wir bräuchten mehr Leute, ne? Dafür bräuchten wir mehr Leute. Oh, okay. Das Dreh geht nur bis hier. Achso, weil der Weg nur bis dort ist. Okay. Hm. 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 Hey, warte mal. Kann's ruhig arbeitslos sein, solange Dürre ist. Hm. Wie sieht's mit... Was? Warte mal. Wo ist das ganze Holz abgeblieben? Oh, oh. Sag mal. Wo ist denn denn jetzt das ganze Holz abgeblieben? Da war... Da hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Hä? Ich kann so froh sein, dass ich den Damm habe und, äh... hier noch das Holz abbrunkern, ne? Oh mein Gott. So, du wirst so oder so Kiefer machen. Das heißt... Du wirst jetzt arbeiten... Ne, du kannst gar nicht arbeiten, solange Dürre da ist. Äh... Jetzt mal im Ernst? Wo ist das ganze Holz? Wir hatten so viel Holz. Hm. Das ist ja ein Ding. Das würde ja eh zu lange dauern. So. Wie sieht das jetzt aus, wenn man bis dahin macht? Ah, okay, okay. Gut. Ähm... Wie machen wir das denn? Was machen wir dann so? Die müssen Holz fahren. Wir brauchen Holz. Wie weit können die? Die können alles machen. Okay. Ähm... Wait, what? So. Okay. Gut. Die bauen jetzt das Holz ab. Hier müsste ich wieder aufräumen. Da wollten wir... Ah, da könnten wir ja gegrillte Dinge jetzt hier machen, ne? Kastanien. Da könnten wir auch noch ein Lager machen. Oh. Ich mach einfach eins. Weil ich's kann. So. Äh... Das andere Problem ist... Ja, das kann auch weg. Wurde das Salz markiert? Ne, ne? Ne, noch nicht wirklich. Okay. Zyklus 3 beginnt. Sehr schön. Äh... Wir bräuchten, glaub ich, noch mal einen Förster, ne? Wer hier? Okay. Okay. So. Und du wirst, ähm... Kastanienbaum machen. Und du wirst hier... ...gegrillte Kastanien hinzufügen. Ah, bis jetzt sieht das ganz gut aus. Von der Ordnung her. Also noch. So, Leute. Priorisiert mal das da. Das muss weg. Okay, das ist fertig. Das ist noch egal. Äh... Oh, wir bräuchten Wasser. Wasser. Ich denke mal, eine reicht, oder? So. Ähm... Holzfäller. Holzfäller. Ach ja, für hier. Ne, warte mal. Wie dürfen wir hier keine Holzfäller haben? Da dürften wir keine Holzfäller haben. Das wär nicht so cool. Ey, keiner isst die Bären, ne? Was soll denn der Kack? Leute. Esst diese Bären. Die sind gesund. Ich schwöre auf alles. So. Ähm... Was ist denn los? Ähm... So. Wasser ist da. Ähm... Okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut, 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 gut. Ähm... Forschung. Stimmt ja. Da war ja noch was. Was war das hier? Ja, ne? 70 kostest du, ne? Wir haben 67. Äh... Haben wir überhaupt Bretter? Äh... Ja, wir haben zwar vier Bretter, aber das ist ja noch nicht die Welt. Hm... Hm... Okay... Warte mal... Unser Förster müsste auch mal hier arbeiten gehen. Aber wo haben wir denn noch People's? Nee, du machst erst mal Urlaub, mein Freund. Hm... Fünf Jungtiere haben wir noch. Sonnenblumenkernel, da kommen die gelten Kartoffeln rein. Äh... Okay, okay, okay. Ich glaube, hier würde ich das mal reduzieren. Hier würde ich das auch mal reduzieren. Damit hier ein Förster ist. Den brauchen wir. Der ist sehr wichtig. So, wir haben jetzt, äh, Technologie erreicht. Wunderbar. Sei es, äh, exactly vier Bretter. Ich glaub's nicht. Wer hätte das gedacht? So, dann sollten wir hier nochmal einen kurzen Pfad machen. Damit wir hier, äh, die Schleuse bauen können. Aber, das Problem ist, äh, hier. Da, da. Da müssen wir auch noch was machen. Der Deich kostet schon 120, ey. Alter Verwalter. Das ist aber ganz schön teuer. Und den müssten wir ja auch bis hierhin abdichten, ne? Oder? Äh... Ich hab keine Ahnung. Nicht, dass wir hier komplett alles abdichten müssen. Hm. Alter, kann ja hier rein, das Wasser. Aber da will ich ja nix grün haben. Oder? Nee. Das wird... Nee, das wird nicht so viel bringen. Ja, wobei... Ich weiß nicht, wie viel grün wird. Das ist das Problem. So, wir haben noch einen weiteren Arbeitslosen. Äh, wir sollten mal Dingens hier machen. Kastanien war das, ne? Ja. Warum ist da eine Lücke? Wegen dat da. Ich glaub, mein Schweinpfeif. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So, Biber. Let's go. Ihr müsst was tun. Genau, weg da. Sehr schön. Äh... Baum, 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 Baum. Wo ist mein Baum? Also, der Kastanienbaum. Äh? Bin ich blind? Nö, da. Wunderbar. Wunderbar. Das ist wunderbar. Was ist das denn? Sammlerpanne? Ja, du hast Feierabend. Geh mit nicht mehr. Das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg, mein Freund. So, das heißt, dann könnten wir hier noch einen hinzufügen. Dann hätten wir noch einen Arbeitslosen, ne? Ja, der macht das alleine. Äh... Ähm... Ich glaub, Wasser ist auch wichtig. Das sollten wir auch mal machen. So. In der Küche sind eh zwei. Aber beide unterstützen sich jetzt gegenseitig, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. So. Wait a minute. Wait a minute. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Nee. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Ah, ich dachte jetzt schon, äh... Wir brauchen einen Holzseiler, aber diese Bäume ja, die bleiben ja stehen. Die bleiben ja stehen. So, wir sollten mal ein bisschen vorspulen. Sonst dauert das hier noch irgendwie gefühlt eine Ewigkeit. So. Okay, bis dahin kann er pflanzen. Das sollte ja kein Ding sein. Gut. Ähm... Plattform? Nee, damit können wir nix anfangen. Ähm... Wir bräuchten... Äh... Wir haben kein Holz, ne? Na, wobei doch haben wir... Aber wir haben keine Arbeiter. Wir haben keine Arbeiter. Das heißt, wir bräuchten irgendwie welche. Hm... Das wurde pausiert. Der muss laufen. Äh... Die ernten gerade. Okay. Dann schaue ich mir mal an... Wie machen die das? Was? Die gehen da einfach hier in diesen Haus. Okay. Okay. Ja, dann ist das so. Okay. So, Nahrung sieht auf jeden Fall auch nicht so rosig aus, ne? Da geht auch noch was. Okay. Ah... Ne. Diese Karottenfarm... Hm... Ja, das wird dann später auch noch abgerissen, weil wir jetzt, ähm, auch Kerne haben. Und später noch die Kartoffeln, die wir auch noch, äh, grillen können. Was auch sehr gut ist. So, da haben sie auch mehr als genug. Nur unsere Jungtiere, die müssen langsam mal erwachsen werden. Gut, 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 gut. Ja, Nahrung sieht es ja auch eigentlich ganz so okay aus, ne? Wollen wir ein paar Häuser bauen? Wollen wir das? Wait a minute. Wenn ich das so mache... Genau wie hier. Und hier. Na? Äh, okay, das ist noch zu teuer. Da hätte ich, äh, Dachterrasse machen können. Geht noch nicht. Okay, okay. Gut, gut. Und dann kommen wir noch weitere Häuser hier. Wie groß bist du eigentlich? 2x2, okay. Hier würde noch gehen und da könnte man den Weg freilassen. Oh, das ist sehr gut. Das ist aktuell sehr gut. Okay. Ähm. Wie sieht es denn hier aus? Mit Bedürfnisse. Karotten. Äh, äh, äh. Digga, digga, digga. Dort ist noch eine Menge Arbeit. Okay. Ihr könnt ja so oder so noch richtig fetter bauen. Ihr habt da so viel Holz, ne? Das ist unfassbar. Was ist da los? Was? Wieso kommt das Holz hier nicht oben an? Was? Was? What? Was habe ich hier getan? Ähm. Wir haben ja Wasser genug, ne? Das heißt, die zwei werden jetzt arbeiten und dann können wir Bretter bekommen. Gut. Oh mein Gott. Jetzt haben wir zwei weitere Arbeitslose. Das bedeutet, äh, wir können auch schon mal, weil die Kartoffeln fertig sind, Grillkartoffeln schon mal machen. Oh, der ist richtig gut. Das gefällt mir. So, und wir haben immer noch einen weiteren Arbeitslosen. Da könnten wir jetzt auch mal den Förster machen. Äh. Hier noch nicht. Das ist noch ein little bit early. Warum liegen da hier Karotten? Bitte, heb sie auf. Können wir das auch priorisieren auf die Karotte? Nö. Schade. Das ist sehr schade. Oh, jetzt kommen die ersten. Oh mein Gott. Wie viele Karotten, äh, Kartoffeln haben wir, ey. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, ey. Diese Kartoffelfresser. So, was haben wir denn da? Äh, gegrillte Kartoffeln. Genau, gegrillte Kastanien sind die nächsten. Danach kommt gegrillte gelbe Teichrose. So, das ist das mit Aqueduct oder so, ne? Yeah, denke ich auch mal. Okay, gut. Äh, wir sollten mal gucken. Wegen Schleuse. Hm, 150 Forschung. Okay. Das dauert noch ein bisschen. So. Äh, ihr seid fleißig, äh, am Bretter machen, ne? Ja. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Äh, Sprengstoff, da brauche ich überhaupt noch keine Gedanken machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Deich? Nein. Wir brauchen eine Schleuse. Das ist sehr wichtig. So. Bäume hier? Hm. Nicht gut. Hier die Bäume. Das dauert auch noch ein bisschen, ne? Yeah. Ein bisschen noch. Okay. Was ist denn hier los? Ei, 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 ei. Also die, die Gänsen, die gehen ja auch ganz gut raus. So, ähm. Wohlbefinden. Da sollten wir auch was machen. Nee, das geht noch nicht. Dort geht noch nicht. Warte mal, die Häuser stehen. Alter, die poppen hier wie die Weltmeister. So. Schleuse. 105. Nein. 20 Punkte noch. Ach. Aber das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Nur, dass wir irgendwie keine Kastanien nahe werden. Das ist, äh, sehr blöd. Ach, Kastanien sag ich schon. Ich mein hier. Sonnenblumenkerne. Das ist der heiße Shit hier irgendwie gefühlt. Grillkartoffeln. Das da. Wie viel Nahrung haben wir jetzt? 250, ne? Ja. Ja. Kann man sich sehen lassen. Ja. Wait. Warte mal. Wenn wir das Wasser hier haben. Ich hoffe, das reicht auch hier oben. Für die Kastanien. Nee, ich glaub nicht, wenn das Wasser hier so lang geht. Ach nee, warte mal. Die sind noch zwei hoch, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wie sieht's hier aus? Äh. Ah, da ist auch nicht mehr viel, ne? So, der Förster ist schon durch. Okay, gut. Äh, die Schleuse ist gleich durch. Komm schon, ein Punkt noch. Jawohl. Wir nehmen die Schleuse. Okay. Dann hoffe ich, dass es funktioniert. Dann hoffe ich, dass es funktioniert. Oh, fuck. Abreißen, abbrechen. Da ist ja das Faulwasser. Da müssen wir aufpassen. So. Äh, das... Was ist denn jetzt los? Grillkartoffeln? Oder... Was war jetzt angesagt? Nee, bis jetzt. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Okay. Okay, 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 okay. Naja, da ist noch ein bisschen. Ah, der baut noch ein bisschen. Äh... Ach so. Oh, dafür bräuchten wir Bretter. Ah. Wie viele haben wir denn? Also Bretter haben wir mehr als genug. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt sind die am pennen, ne? Ja. Ah, okay. Die sind hier durch. Die sind jetzt hier durch. Gut. Ich hoffe, ich kann hier alles abreißen. Sonst brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen Fläche. Okay, das geht nur bis dahin. Warte mal. Okay. 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 Wenn das hier ein bisschen weggerissen ist, dann kann ich diesen Weg noch ein bisschen nach rechts machen. Und dann könnt ihr halt alles abreißen, ja. Wunderbar. Gut, 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 gut. Wo sind meine Biber? So. Und hier müsste ich auch langsam einen Weg machen, weil... Ne, das ist Weizen. Das ist viel zu früh. Da müsste ich ja dies und das und jenes machen. Ne, das geht noch nicht. Kartoffeln, Weizen. Oh. Das essen, was sie haben wollen? Ne, das kann ich aktuell nicht machen. Dort geht noch gar nicht. Also das würde noch gehen. Die gelbe Teichrosen. Das können die erstmal knicken. Die können erstmal so vieles knicken. Hm. Also Grundbedürfnisse. Ja, nasses Feld. Das werde ich noch machen. Also da steht fest. Äh, ich glaube das mache ich hier vorne, ne. Ähm, apropos. Das war... Wohlbefinden, genau. Das kostet nur... 50... Forschung. Jo. Das sollte kein Problem sein. So. Wichtig ist erstmal unsere Schleuse. Dort ist sehr, sehr wichtig. Aber auch wichtig ist halt, äh, auch Dingens hier. Äh, dass wir glaube ich die Anhöhe machen oder so. Ich weiß es nicht. 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 Da bin ich mir noch nicht so sicher. Genau, der ist noch schon ordentlich am pumpen, alter. Bizeps, äh, ist auch schon am brennen. So. So. Wait a minute. Wenn wir dann Kastanien haben, na. Warte mal an. Dann machen wir mal hier. Ja. So. Dann stellen wir einfach mal Kastanien ein. Und, äh, wir bräuchten... Ich glaub das hier, ne. So, ich schau mal, wie weit wird er abbauen. Nee, nicht alles. Nicht alles. Nicht alles. Da macht nicht alles. Okay. Ähm, Kastanien bitte. Achso, okay. Du bist schon beschäftigt. Okay. Ähm, ja, jetzt müssen die Bäume jetzt noch wachsen. Dann... Ja, ist ja schon bald. Und dann... Ja, wobei, die könnte ich ja schon einstellen. Was? Schon wieder Dürre. Okay. Okay, ihr reißt das ab. Dann ist es supergut. Gut. Ich würde auch noch hier reingucken. Keine Güter mehr. Hm. Okay. Was ich hier machen will, da... Das weiß ich noch nicht. Dort weiß ich ja noch nicht. Ich könnte auch unten halt komplett Industrie machen. Aber dann würden die Wege ja wie kompliziert lang. Da schau ich mal noch. So. Äh, ein Holz gleich ein Brett, ne? Ja. Okay. Also, das Holz kannst du euch verballern. Puh, jetzt. Oh, die Schleuse, die steht ja auch. Oh, wie geil. Dort ist ja Gräuel. Hm. Was seid ihr denn eingestellt? 0,5. Ah, okay. Auf 0,5... Hm. Hm. Was ist der? Ja, eins gemacht. Ja, genau. Das dauert noch ein bisschen. So. Wie sieht's hier aus? Ja. Boah. Also, Nahrung haben wir ganz gut. Das Wasser ist ziemlich low. Da sollten wir mal ein bisschen nachhelfen. Wir haben ja genug Leute. Das ist ja das Schöne daran. Ähm. Ne, da sollten wir ja noch einen einstellen. Ansonsten... Ja, haben wir alles. Ja. Ja. Da kann noch einer rein. Ja, jetzt, jetzt, äh, haben wir 24 von 24. Das heißt... Das ist fertig. Jetzt, äh, nach der Dürre gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So. Ja, Wusselfaktor. Das gefällt mir. Ach, das ist so ein schönes Spiel, ne? Na ja, das könnten wir noch ein bisschen mehr machen. Aber aktuell brauchen wir ja noch nicht so wirklich viel Holz. Wir haben 89 Forschungen. Da sollten wir auch noch mal was gucken, machen. Äh. Äh. Was machen wir denn da? Mitneres Tank. Das ist auch sehr wichtig. Aber brauchen wir das? Nein. Die Dusche. Genau. Das wollte ich noch freischalten. Das war wichtig. Äh. Ja. Was machen wir denn? Genau hier oder genau dort? Nee. Ah, hier wollte ich ja die Ernte machen, ne? Ich würde sagen, drei Stück sollten reichen. Drei sollten reichen. Genau. Das noch. Und dann kommt hier später die Ernte. Ja. Das klingt nach einem Plan. Mann. Okay. Okay. Äh. Da steigt doch die Beliebtheit. Leider ist das noch nicht fertig geworden. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Äh. Gut, 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 gut. So, dann würde ich genau mal hier den Part beenden. Und das genau in der Dürrezeit. Ich bin doch echt böse. Warum muss unser nächster Part immer mit der Dürre anfangen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber hey, Leute. Ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, bis jetzt sieht das ziemlich gut aus. Wir haben gut, äh, Futter. Wir haben einigermaßen gut, äh, ja, Wasservorrat. Holz ist auch gut dabei. Zutaten. Äh, ja, okay. Das ist eh unwichtig. Ja, es sieht gut aus. Also es wird langsam. Und, äh, ja, gut. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.